Ja, kennt ihr vielleicht irgendeine Person, die denselben Skin hat? Jetzt bin ich gespannt. Kennt ihr irgendeine Person, die genau diesen Skin hat? Ich hab wahrscheinlich den Unterschied schon eingeblendet. Habt ihr einmal in den Freunden und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich begrüße euch heute hier auf meinem Kanal. Banner? Titel? Irgendwie sowas. Und wie ihr es hier schon sehen könnt, Top YouTuber heute am Start. Heute hat mir in die Kommentare, ich weiß nicht, sie hat geschrieben, dass sie Carina heißt. Mir in die Kommentare geschrieben, dass sie mal bei Top YouTuber dabei sein soll. Nur etwas, nur etwas. Wenn ihr jetzt gerade nicht in diesem Video als erstes dran seid, bleibt trotzdem dran. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn ihr könnt immer noch dran kommen, indem ihr weiter Top YouTuber reinschreibt. Hashtag Top YouTuber weiterschreiben. Denn es wird jetzt jeden Tag ein Hashtag Top YouTuber Video kommen. Dafür lasst schon mal 5 Frags sein. Also heute schauen wir uns einen YouTuber an, der ja eigentlich guten Content in meinen Augen bringt. Oder eine, das ist die, wie ihr es jetzt schön sehen könnt, Miss Fox. So, und dieses Video ist geil. Die Videos, die ihr hochgeladen habt, die sind geil. Wir schauen uns mal ihr Neuestes an. Schnell, 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 schnell. Okay, intro ist geil. Muss man sagen. Warte, da schauen wir uns jetzt nochmal an. Hey meine schlauen Püx. Herzlich willkommen zu. Die Begrüßung ist auch gar nicht mal schlecht, muss man sagen. In diesem kleinen Video meinerseits. Wir sind heute wieder in Skyworks. So, jetzt kommt's. Ja, kennt ihr vielleicht irgendeine Person, die denselben Skin hat? Jetzt bin ich gespannt. Kennt ihr irgendeine Person, die genau diesen Skin hat? Jetzt lasst euch Zeit. Ich hab wahrscheinlich den Unterschied schon eingeblendet. Die Fixie LP, die hat genau, haargenau den gleichen Skin. Also nicht haargenau. Bei ihr, also bei der Mrs. Fox, 128 Abonnenten, hab sie abonniert. Oh, bin ich blöd, ich hab die Glocke nicht aktiviert. Solltet ihr unbedingt bei meinem Kanal machen, also. Und bei ihrem Speichern. Hallo. Ja, okay. Jedenfalls, Leute. Der Titel sagt auch schon einiges. Schafft ihr diese Challenge? Skywars, Miss Fox. Okay. Der Titel ist auch gar nicht schlecht. 22 Likes. Oh Gott. Also von Likes her, besser am Start als ich. Nur die Fixie. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Skin. Die Fixie LP hat nur ein bisschen längere Haare. Also wie wär's, wenn ihr euch trefft? Sehr herzlich willkommen zu diesem kleinen Video meinerseits. Wir sind heute wieder an Skywars unterwegs, weil... Ähm... Weil... Weil... Weil Baum, okay? Weil... Weil Baum? Heute haben wir wieder eine Challenge am Start. Und zwar die Channel vom lieben... Hilfe, Namen vergessen. Ich weiß es. Ja, das passiert mir auch manchmal. Und auf jeden Fall müssen wir die ganze Zeit springen. Ich hab es so abgeändert, dass wir jetzt nach der Schutzzeit erst die ganze Zeit springen müssen, damit wir halt... Okay, die ganze Zeit springen. Klingt nach einer vielversprechenden Challenge, haben wir auch schon vorher gesehen. Schnell, 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 schnell. Ah! Ähm, noch die... Äh, Items-Rooten können. Du müsstest einfach die ganze Zeit springen. Das kann ja mal was werden. Ey, wie soll ich mich jetzt rüberbauen? Jetzt kommt die. WTF bist du eigentlich behindert? Warum guck ich mir so einen Scheiß eigentlich an, Show? WTF bist du eigentlich behindert? Warum schau ich mir diese Scheiße an, Show? Jetzt kommt die. WTF bist du eigentlich behindert? Warum guck ich mir so einen Scheiß eigentlich an, Show? Ja, genau. Das sollte ich mal bei jedem meiner Videos bevor einblenden. Äh... Springer? 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 Ja, der Baum ist immer mir drin. Ah! Er muss jetzt auch die ganze Zeit springen. Springer? 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 Da hat er Glück gehabt, mein Lieber. Oder sie. Sie hat Glück gehabt. Ah, springen. Scheiße. Das macht... Ich glaub, von den Videos, die ich bis jetzt von ihr gesehen hab, macht sie das immer, wenn sie irgendwo verliert. Gut, das weiß grad nichts. Aber sie klingt nach nem Jungen. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt ein Junge oder ein Mädchen bist. Jedenfalls hast du geschrieben, dass du ein Mädchen bist. Also, es soll keine Beleidigung oder irgendwie sowas sein. Ich find's halt nur wirklich. Ah, boah, da ist doch alles drin. Wir können doch alles schaffen. Ah, richtige Seite sogar mal. Challenge ist sau schwer, weil ich komm denn zu rüber. Ich muss die ganze Zeit springen. Wenn man genau hinhört, er kennt man. Das könnte ein Mädchen sein. ... und mich rüberbauen. Das ist nicht so schön. Wir haben noch 20 Sekunden. Das ist nicht so schön. Magst du mit mir kommunizieren mit Sprache? Was mach ich hier? Bin ich dumm? Okay, wir können jetzt nicht springen. Wir sind im Wasser. Oh, er rennt rüber. Okay. Was mach ich hier? Bin ich dumm? Ja, bist dumm. Diese Selbstverarschungen. Aber auch nur so eine Millisekunde eingeblendet. Weiterspringen. Du bist tot. Ah, doch nicht. So, da werden wir in der nächsten Runde. Oh, der hat's überlebt. Kam mit der Angel? Oh shit, komm, spring, 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 spring. Den Kill kriegst du. I believe in you, I believe in you. Oh shit. Oh, ah, ich brenne. Oh, ich brenne. Wieso war ich gerade so dumm, da reinzuspringen? Oh, ein Kill. Okay, wir haben einen Kill gemacht. Ah. Das ist seine beste Runde, oder? Wow. Das ist seine beste Runde. What the fuck? Ja, okay. Okay. Gut, ein Video, was ich noch sehr gefeiert habe, war, Nebelnick wird von Bibi ... Skywars, Miss Fox. Das Video habe ich sehr gefeiert, muss man sagen. Nebelnick hat ja seit langer Zeit nichts mehr hochgeladen. Jetzt muss man wirklich auf die Stimme achten. Und ich glaube, ich habe herausgefunden, warum. Intro wirklich geil. Und diese Skin ... Fixie LP ... Er sieht fast haargenau aus. Oh mein Gott. Etwas sehr Wichtiges, da müssen wir dranbleiben. Und ein paar Nebelninken. Und vergesst auch wirklich nicht zu abonnieren. Hier Wichtig, 128 ... Wichtig, abonnieren. Unter meinen Abonnenten ... Und ich muss euch was sagen. Nebelnick hat ja seit langer Zeit nichts mehr hochgeladen. Nichts mehr hochgeladen, das klingt so richtig geil. Und ich glaube, ich habe herausgefunden, warum. Jetzt sag's doch, warum drück ich auf Pause. Wollen wir mal damit mit dem Offensichtlichen anfangen. Nebelnicks letztes Video heißt ... Ich bin Veganer. Vielleicht ist ein gleich Mord. Ich weiß gar nicht, wie du das genau heißt. Oh mein Gott, diese Zeichen deuten auf etwas Schlimmes hin. Lass uns mal überlegen, wer ist Veganer? Unge spielt. Oh mein Gott. Unges Internet ist seit fast einem Monat kaputt. Was sagt uns das? Ja. Nebelnicks Internet ist kaputt. Oder hat er sich nicht ein Virus von Kartoffelsalat aufgefangen? Ich habe meine Recherchen fortgefahren. Und? Wie geht's weiter? Als ich dann ein Video hörte, dass es eine Produktplatzierung ist, kam es mir sofort in den Sinn. Produktplatzierung. Mir kommt sowas sofort in den Sinn. An wen denkt ihr, das ist so easy einfach, Leute? Ich wusste es. Babys Beauty Palace. Genau. Von da an war mir alles klar. Nebelnick wird von Babys Beauty Palace ver- Wie kommt man, es soll keine Hate sein, aber wie kommt man auf so einen lustigen Scheiß? Leute, ich würde sagen, das Video beginnt jetzt mal richtig. Falls euch sowas gefällt, muss ich mal so ein bisschen Verschwörung. Ja. Mir fällt. Mir. Nein, Spaß. Leute! Das muss mal gepostet werden hier. Macht auf jeden Fall Bock, sich irgendwas so auszudenken. Aber natürlich ist es nicht ausgedacht. Es ist alles wahr. Forschungen sind so 100%. Habe ich mir auch sofort gedacht, Leute. Weil ich gebe mir am meisten Mühe bei meinen Videos. Bei mir sieht man das wohl nicht. Und es spiegelt sich nicht wieder. Also... Ja, das stimmt. Es spiegelt sich nicht wieder. Das ist richtig. Ich bin grad mega frustriert. Vor allem grad fast die 100er haben, aber wir bringen keine Abonnentenzahl. Wir haben schon die 200er, Leute! Wenn die so nicht aktiv sind. Ja. Hier... Wo war's? Kenn ich. Ah! Na pschsch... Er ist unter uns! Friss das, ey! Effekte hat sie! Also Leute! Hier wären wir! MissFox, dass du bist die Erste in meinem Top-YouTuber. Vergiss, also noch was kurz zur Kanal-Banner-Bewertung. Richtig geiler Kanal-Banner, muss man hier sagen. Auf jeden Fall richtig geil. Du hast hier deine Abonnentenzahl verdient. Du hast hier mehr verdient. Vergesst hier nicht zu abonnieren. Wieso soll ich das? Nein, ich drück das nicht. Wieso kann ich das nicht speichern? Ja, möchte ich. Ah, jetzt ist die Glocke M1. Jedenfalls, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Lasst doch bei ihr eine Bewertung da. Und ja. Was soll man noch sagen? Das schaue ich gerade. Ja. Wo ist hier Nebelnick? Sie hat gesagt, sie schaut ihn gerne. ein weiteres Zeichen. Also jedenfalls, Leute, vergesst nicht zu abonnieren, liken, alles was ihr noch könnt. Jeden Tag kommt jetzt so ein Top-Youtuber raus. Und ja, Miss Fox. Ja, herzlichen Glückwunsch. Muss ja auch mal gelobt werden. Also, Leute, falls ich jetzt das Top-Youtuber etwas anders mache, ich mache so quasi ein Reagieren auf. Ist das schlimm für euch, Leute? Also, ich meine, ihr gefällt es, so eine Art Content so zu machen. Top-Youtuber, dass ich auf eure Videos so quasi reagiere. Damit man, ich meine, sie macht perfekt Content. Muss man ihr lassen. Also, Leute. Ja, was soll man noch großartig sagen? Außer bis zum nächsten Video. Ciao!